Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3 Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Jo moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3 Jo, beim nächsten Mal haben wir uns in Schloss Kiefs gestrichen und vier Bosse verprügelt Davon zwei sogar gleichzeitig Und heute dürfen wir wieder den Weg zum Aufzug suchen Dafür muss ich mich ja nur an 10.000 Leuten vorbeiprügen Schleichen von Wegen Ja Jetzt habe ich hier hochklettert und dann bin ich da hinrennen Hoffentlich hat sich dann der Schleichbad auch dann endlich erledigt Weil er geht mir langsam und zieh mich auf den Senkel Vor allem, wenn es kein wirkliches Schleichnis, dass ich hier so oder so zum Kampf gezwungen bin Ja, das meine ich Was gut ist, dass wir 10 Level über denen sind, dass die uns gar keinen Schaden machen Ja, packt ihr ruhig eure Waffen aus Guckt mal, wie sehr mich das interessiert Ich könnte jetzt erstmal an denen da vorbeirenden und mir den Container noch dort holen Seht ihr mich, wenn ich mich hier hinter verstecke Tun sie Ach, sie tun's Ich will doch nur den Knopf da drücken Ich muss erstmal um diesen Knopf hier kämpfen Wie es scheint Aber zum Glück nur gegen 2 Nee, gegen 3 Wir sehen uns nach dem Kampf Boah, ich habe hier direkt einfach mal alles geklärt Damit wir auch gleich, äh Ohne Probleme an den Aufzug kommen Ich will nur an den scheiß Container hier Was, um den Weg hier frei zu machen Erscheint mir irgendwo sinnvoll So, an den Kontur hier nach ran Danke dafür Jetzt ist ein Sinn, das Ding wieder hochzuschicken Ich glaube nicht Kann ja von hier unten so ein bisschen ausspähen Nee Mit absolut keinen Sinn wert Ich denke mal, du fährst nur nach oben Oh, Valdi, du kannst nicht auf den Knopf gehen Was? Du bist ein Knopf-Reader? Weil die ist es einfach Ich liebe den Wartung Es sind so viele Knopf, es sind natürlich, wenn sie die Angaben geben Ich fahrt mir schon mal aus dem Bild für den Fall der Fälle Dafür darf ich mich wahrscheinlich auch erstmal wieder durchprüfen, oder? Ich bin nicht da Das sind ja nochmal Bosse Diesmal sogar drei Und wie penetrant sind diese Soldaten hier Fall um, du Stück Scheiße Hey, sorry, aber der hat mich gerade mega genervt, nur Die Bosse stehen auch noch genau da, wo ich hin muss Hier darf ich erstmal für den Container clearn So, hab die Dinger hier verprügelt Jetzt darf ich mich erstmal mit Dinger kloppen Drei Bosse Standhalter Wachsor, Nimmermüde Martina, Torpedo da unten Hoffentlich seid ihr wenigstens schwach dafür, dass ihr zu dritt seid Wachsor, Nimmermüde Martina, Torpedo. ja okay man ist schon mal ein bisschen schaden an alle rausgehauen kommt recht nicht an der eine ist schon mal in umacht gefallen ach komm jetzt ist hier noch so ein anderer nervenzwerg dazu gekommen weg mit dir die ist mir gerade komplett auf mehr so auf torpedodorten und jetzt waren wir die angriffskette okay wir haben wir guten schaden angerichtet alle mal kurz auf schwanken gerichtet ein bus sind wir schon mal los steckt wieder hinlegen nein hier wird nichts verstärkung gerufen wer ist erstmal mit dem da erst mal die maschine kaputt obwohl die sind fast vor allem der da das könnte ok leute die maschine ist eigentlich schon kaputt aber wir hauen trotzdem noch drauf wie sonst was jetzt gibt es nur noch ip bonus drei bosse zusammen mit unterstützung vernichtet wo da wie ich hoch nervt mich wieder leute ist dann raum wo ich rein kann nö dann gehe ich einfach neben vorbei geht mir nicht auf die nerven ich muss sie verkloppen so hab die zwei sack nasen besiegt entschuldigung aber dass ich jetzt ein bisschen ausfallen geworden bin aber ich finde das echt nervig wenn du über einem winzig kleinen weg musst deine tür hinter ist und du die nicht aufmachen kannst weil du erstmal die zwei low levels die davor stehen erstmal fertig machen musst die nichts können sondern wirklich die nur deine zeit stehlen das nervt dann einfach nur und nichts anderes das ist dann einfach nur nervig kann ich boosten ja ich kann um ein level boosten ich erwarte jetzt endlich eine sequenz was nennt man zeit consuming hier unnötig in die länge ziehen ja ja lasst mich in ruhe das ist ja nenni lauto riku c da ist annihilator das hüge think of the firepower two or three colonies could like die breit we have to hurry the stars moving now if the map is correct the auto balance should be in that housing that's what we are after right yeah okay es ist ein relativ kurzer weg darunter aber der weg hier hin war ätzend lang ja hoffentlich ja hoffentlich das ja hoffentlich das hat das der dort das das Genau, genau wie auf der Mappen. Na dann, wir kommen zu dem. Senna? Mein Glückwunsch. Entschuldigung, Freunde. Freude, ich kann euch das nicht machen. Du! Was geht? Es ist schon gut, oder? Mobius! Wie hast du es herausgefunden? Sie sind nicht so glücklich, oder? Natürlich, wir können nicht feststellen, deine Position in der ganzen Blakfob. Aber wir können eine generelle Idee, wo du gehst. Als wir auf deine Reise nach dem Kastel haben, wussten wir... Ich meine, was? Du warst einfach durch, oder? Du musst dir ein Idiot sein, um das zu denken. Ich meine, was ist das? Es ist... nichts. Dieser Mann, die ich in meine Kopf habe, ist alles. Er ist sehr schrecklich. Ich kann nicht mehr sagen. Wir lassen ihn dann! Und dann. Shorin? Du bist auch hier. auch. Hahaha. Also, das ist das, wie du bist. Was denkst du? Das ist ziemlich der Looker, oder? Ich wusste, dass es ein Trapp war. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich sagen würde, Trapp, genau. Eh. Du musst fragen, N für die Details. N? Also, du hast P&O gedauert, oder? Nicht schlecht, überhaupt. Schönen Sie, sagen Sie. Idiots. Ich meine, nach dem Zeitpunkt, während sie interliefen. Wer macht das? Das ist das Schmerzeste, was ich schon gehört habe. Also, das war es wirklich. Der Zeitpunkt. Na gut. Na gut. Daher haben wir schon mit ihnen, können wir das schnell machen. Ich bin nur glücklich, dass ich das nicht erklären werde. Ja. Warum sogar erklären? Mega. Wie sehr? Das war's. Das war's. Du bist toll. wir sind definitiv weil er ist das wirklich haargenau derselbe mobius wie damals beim ersten wenn ja dann hat johann ja sogar direkt von anfang an uns bekämpft und dass wir es mitbekommen haben er ist schuld daran eigentlich dass wir eure boros geboden ok er ist schnell die erste angriffskette wird dich vernichten die mama sowas von fertig so gegen mühlich so ist das hier richtig stark er guck mich mal an du willst mich angreifen jetzt kriegst du jetzt ein anderes kenne so zeit dass du so richtig schön ein auf die nase bekommst grenzensprenger das sollte jetzt eigentlich immenser schaden sein wir haben ihn half life vielleicht ist auch was wert ich treffe dich trotzdem auch wenn du da hinten damit jetzt er liegt ich mache mir lang dann wird die maschine hinter dir dran glauben müssen die mühe wie ich erzähle übrigens nicht als maschine weil sie es noch nicht wusstet also weil die war jetzt nicht gerade praktisch ich habe gleich einmal ist er die nächste an das kette hinterher sein bin er wurde geschleudert und geschmattert wunderschön ich warte mit an das kette gerade noch ich will dann nämlich nur burskommando machen als ich sage ich will nur burskommando machen und aktiviere aus Versehen die synchro einen moment zu früh wo es kommande aktiviert sich ja nur wenn ich die aus singen code reichen aus stade er tut es ja gleich trotzdem er ist eh gleich tot können wir auch die synchro 2 nutzen da fehlt wirklich nicht mehr viel ich fahr schon mal aus dem Böde der ist gleich tot ein hit noch tot annihilator annihilator started moving this is bad noah i see it no you don't ha er he aber Wenn du nicht schreitst, die Köln wird eine Pile von Asch geben. Juni! Was machst du? Behandle dich, Uni! Huh? What's the matter, Uni? You're too slow! Girlie, I think we've met before. What? Those eyes. You're afraid, aren't you? Why so scared? I'll kill you whenever you cross my path. Let me lead. I'll handle this. Go, Mondo! You're not hitting me! Sure about that? What? Find! Scatter! We won? No. What? Gah! Zoram. Sorry. I don't think so. You'll have to do something about me first. You'll never win this otherwise. Ha ha ha! Well then, we'll just have to take out this! Mimi! You gotta keep them busy! I'll do that! Ow! What? You thought this was just a fashion choice? These can sense the slightest shifts in the air. Kind of a sensor, really? Even without looking at you, I can tell exactly what you're doing, so you brats better land fast! The Annihilator! Juni, was bist du? Geh! Wenn du nicht, gib mir. Tayon. Juni! Oder vielleicht hast du das Ende gewonnen. Ich dachte, ich habe dir gesagt, dass ich deinem ganzen Bewegungen in der Luft kann. Ha ha! All you're sensing is the area around you. What's your point? Well, if I'm mixing distance, looks like you can sense Sparkle. An illusion! Just so! Scatter! Son of a... you did that at the start! Huh? Thought you heard my number? You were so into my fear, that you didn't notice what changed. And sure, I was scared. But even then, you'll find I'm no quitter! You ain't escaping! You ain't escaping! Michi! Juni! 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 Jetzt! Ich habe es! Sie sind tot? Nein. Ich habe einen von meinen Mondo in ihren Körper. Ich fühle mich, dass es noch da ist. Ich würde sagen, dass es sicher, dass sie weggekommen sind. Das stimmt. Yuni? Hast du ihn noch nie gesehen? Wie gesagt, bevor wir Ouroboros wurden? Ich meine. Keine Ahnung. Aber ich denke, dass... etwas in mir erinnert. Das Mann. Und seine Knie. Vielleicht hat das auch mit Mobius. Warum existieren sie hier in unserer Welt. Also, dann... Ich habe ein Nein, nicht? Und dann... Ich werde frei. Und es wird nicht so, dass ich mich so schrecklich bin. Yuni... Wir können später noch mehr denken. Jetzt sollten wir uns selbst scheiße machen. Du bist richtig. Wir haben vielleicht den Annihilator gebrochen. GG, sagt man an der Stelle. Äh... Ich finde das witzig. Wir hatten keine wirklichen Probleme damit. Aber die Charaktere selbst in der Sequenz... hatten den Kampf ihres Lebens. So. Die Rengler haben sich erhöht. Ist Irwin mit seinem Teil fertig? Ja, Noah zum Beispiel. Sonst noch wer? Mio ist fertig. Wir können auch ein drittes Objekt bei jedem ausrüsten. Sehe ich gerade. Tayon ist auch mit seiner Klasse fertig. Ansonsten ist keiner fertig. Also... Drei Leute können wechseln. Ich gebe Noah mal den Jammschmied. Mio gebe ich den Kriegshalter. Und dann gucke ich, dass ich jetzt gerade irgendwie an den Techniken was vergebe. Ah, hier. Bei Mio... Ach, bei Mio... Bei Juni haben wir ja noch... Hier... Gepolter. Nee, ist... Doch... Irgendwie... Was, womit ich... Die auf die Nase legen kann. Ich habe jetzt mal bei Juni auch, äh... Die Klasse gewechselt zum Verteidiger, weil wir sonst niemanden haben, der... Umwerfen machen kann. Dann teilen wir hier mal noch neu zu. Sondern nicht viel werden wir sonst nämlich eh heute nicht mehr machen. Na gut, die... Wertvollsten Sachen haben wir bei ihr. Weil die kann ich im Übrigen dann aus dem Team rausnehmen. Obwohl, solange wir hier im Schloss sind, sollten beide bei uns bleiben. Direkt Meinung geändert. So, Talente habe ich jetzt zugewiesen. Dann können wir ja noch gucken, was wir hier an Ausrüstung hinzufügen. Plattengurt können wir hinzufügen. Ich glaube, äh, das hier weiß ich mal zu, äh, äh, inzwischen in den Folgen. Können wir hier bei der Inkonation irgendwas verbessern? Ja, komm, wir haben so viele Punkte. Wir sollten eigentlich bei jedem irgendwas hier jetzt holen können. Okay. Nächster Ausgleich finde ich immer ganz gut. Die Techniken zuweisen tue ich hier auch auskriegen. Ja, das nehmen wir mal mit bei ihr. Eine neue Power, äh? Eine neue Power, äh? Heilung ist immer gut. Wir werden wahrscheinlich noch auf Enden hier in dem Schloss treffen. Okay, das auf jeden Fall. Das sollte ich auf jeden Fall draufpacken. So, und hier können wir noch eine Technik hinzupacken. Brand-Nova nehmen wir mal. Kann ich sonst noch irgendwas? Nee. Mir jedenfalls nicht. Okay, dann habe ich hier zugewiesen. Talente und so weiter. Wie gesagt, mache ich offscreen. Weil die bleibt, solange wir hier im Schloss sind. Auf jeden Fall noch in der Gruppe. Aber, habe jetzt erstmal die Ränge neu zugeteilt. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, den nächsten Abo und einen Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann! Tschüss!